So, ich bin jetzt zum Spawnen hier, ach zum Spawnen, ich bin jetzt zum Portal gegangen, bin dann hier schön an meinem Ezra-Portal wieder gespawnt und hab mir schnell die Sachen wieder geholt. Zum Glück sind sie nicht weg gewesen oder ja, nicht irgendwie verbrannt und ich, 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 ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Genau das ist halt die Kacke am Anfang beim Ezra, man hat es halt einfach so schwer, weil man noch keine Sentry-Boots hat und diese C-Führer einen einfach so immens weit wegschleudern können. Und ja, deswegen wünsche ich mir doch, meine alte Ezra-Welt könnte importiert werden, weil da hätte ich ja die Sentry-Boots gehabt, da hätte ich dann auch keine Probleme mit denen gehabt. Aber nun gut, was soll man machen, ist kein Problem, dann gibt es halt keine Sentry-Boots am Anfang für mich und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich den Dungeon machen will, weil man im Dungeon eventuell auch Sentry-Boots bekommt und dann wir dieses Problem mit diesen C-Führer nicht mehr hätten. Und das wäre auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr großer Fortschritt. So, und ihr haut bitte alle von mir ab, einfach, ich will einfach nur weg von euch. Einfach nur schön in meine kleine Hütte, die nicht wirklich so richtig ist, aber schön klein und die genügt mir auch und deswegen will ich einfach nur weg. Da hinten ist auch schon das Portal, nein, stirb. Scheiße, wir sind vergiftet. Wehe, ich sterbe jetzt nochmal. Also wehe, ich sterbe jetzt nochmal. Das wäre absolut blöd. Einfach nur, einfach nur weg möchte ich gerade. Da hinten war das Portal, da sind auch noch die Pflanzen vom Anfang. Einfach nur hier runter kurz, so. Gut, keiner verfolgt uns. Puh, und dann einfach, ja, einfach mit Holz rüber. Ist mir egal, einfach nur rüber. Ich möchte gerade einfach nur nach Hause. Mehr nicht. So, einfach nur die Sachen sichern. Also am Anfang seht ihr, sind wir auch noch gar nicht mal so in der Lage überhaupt irgendwelche Erkundungstouren zu machen. Ach scheiße, jetzt fallen die Erdbeeren da auch noch runter. Egal, auf die zwei Erdbeeren, ja, scheiße, einfach mal auf gut Deutsch gesagt. Und ihr seht, am Anfang kann man auch sehr, ja, geringe Erkundungstouren nur machen oder sehr schlechte Erkundungstouren machen. Und, ja, deswegen müssen wir da etwas, etwas sporadischer vorgehen. Aber, ich verspreche euch Leute, es wird noch längere Erkundungstouren geben. Und alle die, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte schießt mich nicht an und zerstör meine Sachen. Nein, bitte vergifte mich auch nicht. Hilfe, Hilfe, ich habe gerade gar keine Ahnung, was ich machen soll gegen die. Irgendwie, ich laufe irgendwie einen Umweg. Auf jeden Fall, ähm, ja, wissen die, die mein SR1-Let's Play geschaut haben, beziehungsweise am Anfang auch, dass dort auch alles sehr hektisch und sehr chaotisch zuging. Einfach aus dem Grunde, dass ich da auch noch keine Sentry-Boots hatte zum Beispiel und dass ich da erstmal noch so einen Start brauchte. Und einfach nur rein da, einfach nur rein da. Einfach nur die Sachen ablegen. Und noch vielleicht eine zweite Truhe machen, das wäre auch gut. Einmal bitte eine zweite Truhe. So. Und einfach, einfach nur diesen Crafting-Table auch einmal weg. So. Den Crafting-Table hier ablagern. So, dann einfach nur rein mit den ganzen Gegenständen. Einfach nur rein. So. Und dann Encharted-Farry. Mal gucken, wie viel füllen die auf? Vier. Ja, das ist cool, dass die vier auffüllen. Das lohnt sich dann auch mal wenigstens. So, und Ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Ich Ja, wollte ja, wie gesagt, auch so einen Mix reinbringen und wollte auch Ja, etwas längere Erkundungsturnier am Anfang machen, bevor ich zu der Bauphase komme. Aber Anscheinend lassen mich hier die Monster nicht in Ruhe und Ah, mir fehlen die Sentry-Boots. Weshalb ich glaube, ich in der nächsten Folge das so machen werde, dass ich ja eigentlich Direkt mal einfach in den Dungeon gehe. Wir haben ja hier Zanid, das kann ich auch mal schnell Scheiße, wo ist der Rest von unserem Zanid? Wir haben noch so viel gesammelt. Lag da Ach, wieso lag das denn da nicht? Jetzt haben wir nur so wenig Zanid, aber ich kann es trotzdem gerne mal zeigen. Mit dem Zanid kann man sich hier schön Zanid-Rüstung machen. Die hält nämlich ziemlich viel aus. Wisst ihr was? Dann gehe ich doch noch mal kurz erkunden. Ich hole mir jetzt nämlich hier noch ein bisschen Zanid. Ich nehme mir auch Healing Stones mit. Healing Stones. Und verzauber noch mal kurz zwei Blaubeeren. Weil ich brauche einfach noch ein bisschen Zanid. Denn ich werde das wohl im nächsten Part so machen, dass ich dann einfach direkt zum Dungeon gehe. Dann haben wir auch direkt ein bisschen Action im Dungeon. Sag, du stirbst erst mal. Dich locke ich kurz an. Und dann stirbst du auch. Wow! Ihr seid ja zu zweit. Wie unfair ist das denn? Das kann ich ja gar nicht abhaben. Und wow, wow. Das sind einfach viel zu viele. Es sind einfach viel zu viele wieder. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass das ein normaler Monster-Spawn ist. So viele gab es im SR1 nicht auf einem Haufen. Das sind eindeutig viel zu viele. Da kann mir doch keiner was erzählen. Wow. Also das sind doch immer eindeutig viel zu viele. Einfach nur ganz schnell weg. Einfach nur ganz schnell weg. Ich, ich, ich sehe euch gar nicht. Ich ignoriere die einfach. Also so viele Monster waren im SR1 auch nicht. Das sind eindeutig viel zu viele am Anfang. Also für den Anfang, wo man noch keine Ausrüstung hat, sind das eindeutig zu viele. Ich werde jetzt wie gesagt probieren, noch ein bisschen Sanit aufzutreiben, um mir dann Rüstung machen zu können. Und mit dieser Rüstung, oder mit dieser Ausrüstung dann im Allgemeinen, werde ich dann probieren, in der nächsten Folge dann, mich direkt in den Dungeon zu begeben und ein bisschen Action reinzubringen. Und wenn wir dann den ganzen Loot aus dem Dungeon haben, beziehungsweise dann hoffentlich auch Sentry Boots, dann können wir auch viel, viel längere Erkundungstouren machen und dann auch, ja, ein bisschen mehr Spannung sozusagen reinbringen. Ach, ein bisschen mehr Spannung. Ein bisschen mehr, ja, sammeln mit reinbringen. Ein bisschen mehr Farben gehen, so gesehen. Und, ja, die Erkundungstouren auch länger machen. Und wenn wir auch dann den Dungeon gemacht haben, dann können wir auch durchaus, ja, mal an die Bauphase gehen, beziehungsweise mal unser Haus bauen. Und hoffentlich dann auch in Ruhe bauen, weil ihr seht ja, es ist auch fast schon unmöglich, hier zu bauen ohne die Sentry Boots, weil man irgendwie immer von so einem Kackschneeball weggeschleudert wird. Und deswegen brauche ich auch die Sentry Boots, bevor ich hier irgendwie überhaupt an eine vernünftige Bauphase gehen kann. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal Sanit. Aber wir haben ja hier noch unseren Übeltäter da. So. Der ist jetzt aber weg. Und was ich jetzt gerade brauche, ist ein bisschen Holy Stone, beziehungsweise irgendwie Material zum rüberbauen, weil ich ansonsten nicht an das Sanit komme. So, ich glaube, die sechs Steine reichen nicht aus. Aber man kann es ja mal hoffen. Komm, ich mache so ein cooles Jump'n'Run da raus. Ich mag zwar Jump'n'Run gar nicht, aber ich kann das mal heute. Heute kann ich mehr Jump'n'Run. So, und dann kann ich auch anfangen mit dem Abbauen. Ich gehe aber auf Nummer sicher. Ich baue das hier schön so ab, dass ich kaum runterfliegen kann. So. Nein! Ach, jetzt fällt mir das Sanit noch weg. Und ich sage, ja, ich baue das alles sicher ab. Ja, das ist sicher super genial abgebaut. Das Sanit kann ja gar nicht verloren gehen. So. Fünf Sanit schon mal mehr. Da unten ist auch noch Sanit. Oh, da unten ist viel Sanit. Das ist gut. Dann werde ich mir das Sanit auch noch mal schnell schnappen. So, und guck noch mal hier. Nee, ist keiner da. Gut, ich guck lieber noch mal nach den Siphires. Ob die nicht hier noch irgendwo auf mich lauern, kann ja sein. Gut, ansonsten hole ich mir hier noch mal ein Sanit. So. Schau dann noch mal, wo war hier noch mehr Sanit? Ich hab ja hier irgendwo noch was gesehen. Vielleicht baue ich mich noch mal kurz hoch. Und schau noch mal, wo hier noch was war. Da hinten war noch was. Okay, dann baue ich mich hier noch mal runter, glaube ich. Oder? Wo war das jetzt? Ja, hier war das. So, da muss ich jetzt nur gucken. Der Sanit ist der letzte Block da. Also das Sanit, das sollte ich dann nicht direkt abbauen, sondern wie mache ich das denn am besten? Das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht so 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 Gut, so kann ich das abbauen und hätte dann insgesamt sieben Sanit. Sieben Sanit ist ja schon mal was. Damit kann man sich schon mal eine Hose machen. Sechs Sanit habe ich noch daheim. Mit sechs Sanit kann ich noch Schuhe machen. Das heißt, ich brauche noch drei Sanit für einen Helm. Die drei Sanit werde ich doch bestimmt noch hier irgendwo auftreiben können. Oder? Hier, hier muss doch noch irgendwo was sein. Weil dann hätte ich eine komplette Sanit Rüstung. Wow, hier ist ja noch viel Sanit. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und um Gravitide, da kümmere ich mich erstmal nicht drum. Das wird schon irgendwie. Gravitide kriege ich bestimmt auch nochmal irgendwo her. Falls sie das nicht rausgenommen haben. Aber ich glaube eher nicht, dass sie das rausgenommen haben, weil es ja immer noch Gravitide Rüstung gibt. Und deswegen ja, denke ich, dass Gravitide jetzt einfach nur noch schwerer zu finden ist, aber immer noch im Spiel ist. Und wow. Hier sehe ich gerade auch noch Sanit. Das schnappe ich mir natürlich auch noch, wenn ich es dir gerade sehe. Kann man natürlich immer mitnehmen. So. Und nein. 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 Verzieh dich einfach. Verzieh dich einfach. Ach, guck mal. Danke, dass du mir noch mehr Sanit gezeigt hast. Endlich machst du dich mal nützlich. Aber jetzt lass mich bitte einfach in Ruhe, du komisches Viech. So. Und... Oh, hier ist sogar noch mehr Sanit. Das ist cool. Oh. Super. Mein Spitzack ist noch kaputt gegangen. Und ich kann mir keine neue machen. Dann hole ich mir noch schnell hier Holz. Und du stirbst aber erst mal. Komm. Komm her. Komm her. Tot. Gut. Da ist auch noch Sanit. Aber ist auch so viel... Gravitide. Da hinten ist nicht Gravitide. Okay. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich habe Gravitide gefunden. Das ist gut. Sauber. Meine Hoffnung ist nichts verloren. Es gibt doch noch Gravitide. Das ist eine coole Sache. Weil dann können wir vielleicht... Ich habe da zwar nur einen Gravitide-Blog gesehen. Aber vielleicht ist da ja noch mehr. Und dann könnten wir ja eventuell sogar einen Gravitide-Schwert machen. Und dann gehen wir in der nächsten Folge schön in den Dungeon und kloppen die Gegner da kaputt. Und holen uns die Sentry-Boots. Und damit können wir dann auch ein schönes Haus bauen. Schöne Erkundungstouren machen. Und sonst noch irgendwelche Dinge, die man schön machen kann. Also da... Da habe ich jetzt Hoffnung bekommen. Ja, da habe ich auch wieder mehr Laune. Wenn ich sehe... Yo, Gravitide gibt es noch. Das ist doch wunderbar. So, Zanitsch mit Zackke erstmal gemacht. Ja, komm her. Zack, so. Zanitsch mit Zackke erstmal gemacht. Und dann werde ich mich jetzt rüberbauen. Also das ist wirklich cool, dass es doch noch Gravitide gibt. Aber ich konnte mir auch schwer vorstellen, dass wir das einfach so aus dem Spiel nehmen. Gut. Ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, schaue ich mal nach dem Weg, wie wir dort am geschicktesten rüberkommen. Ich würde ja eigentlich schon fast sagen, wir holen uns hier einfach ein bisschen Erde und bauen uns da mit rüber. Da würde ich schon sagen, das ist fast der beste Lösungsansatz. So, ich weiß, dass es gerade ein bisschen dunkel ist. Da kann ich jetzt aber relativ wenig machen. Tut mir auch leid. So. Obwohl. Doch, doch, ich kann was dagegen machen. Wartet, ich hatte ja noch Ambrosium. Ich kann doch was dagegen machen. Und zwar ein paar Fackeln. So, jetzt seht ihr auch mehr. Kann doch was dagegen machen. Ein Glück, dass ich noch ein bisschen Ambrosium hatte. So, damit konnte ich nämlich jetzt noch schnell das Zanit hier abbauen. Und dann kann ich mich rüberbauen. Gut, das mache ich dann, wie gesagt, am besten mit Erde. So. Dann nehme ich noch einfach den Holy Stone. So, gleich sind wir auch schon da. Das ist wunderbar. Ähm, und dann habe ich noch Holz. Aber ich baue hier einfach nur noch mehr Holy Stone ab. Unsere Zanitspitzsacke, die hält ja lange. Da würde ich sagen, können wir uns das mal gönnen, ein paar Holy Stones abzubauen. So, und jetzt sind wir gleich endlich. Endlich bei unserem Gravitide angekommen. Das ist genial. Endlich haben wir dann auch wieder Gravitide. Und endlich können wir dann auch wieder ein Dungeon machen. Ich habe mich so gefreut hier auf den neuen Slider. Und jetzt haben wir dann auch bald die Möglichkeit, die Chance endlich zum Slider zu kommen. Also natürlich könnten wir die ganze Zeit zum Slider gehen. Aber mit wenig Ausrüstung ist das doch dann eher relativ unsinnvoll. Und jetzt haben wir hier dann Warte, scheiße, wo? Scheiße, wo war der Gravitide? Ah, da oben. Das Gravitide. Jetzt haben wir dann auch Gravitide gefunden. Und sogar noch mehr Gravitide. Geil. Das ist wirklich cool. So, und zwar hat Gravitide auch eine besondere Eigenschaft. Und zwar ich muss gucken, dass der Gravitide-Block nämlich nicht gleich abhaut oder wegfliegt. Denn Gravitide-Blöcke also Gravitation steckt ja schon so ein bisschen im Wort drin fliegen immer nach oben. Und zwar wenn ich das jetzt mal gleich zeigen darf wenn ich den Block abbaue zack fliegt das Gravitide mit hoch. Und wir haben hier ganze eins hab ich den Block aufgesammelt? Ja. Zwei drei Gravitide. Oh, oh sogar noch einen vierten vierten Gravitide-Block. Genial. Das ist wirklich cool. Gibt's hier vielleicht sogar noch mehr? Ich guck grad ein bisschen. Ne. Gibt er anscheinend erstmal nicht noch mehr Gravitide. Okay. Das find ich auf jeden Fall ne coole Sache. Vier Gravitide. Und ihr habt mich jetzt bestimmt auch gefragt Hey, das sind doch Blöcke. Wie krieg ich denn da Gravitide raus? Ist ganz einfach. Auch dafür hält der Altar her. Noch mehr Gravitide. Genial. Auch dafür hält der Altar her. Denn, ähm, ja man kann dann wenn man Ambrosium benutzt diese Blöcke dann zu richtigen zu richtigen Gravitide in Anführungszeichen verarbeiten. Und das Gute ist die Blöcke kommen auch ganz bequem hier hochgeflogen. Zack. Und jetzt wäre natürlich auch noch die interessante Sache ist dort unten noch mehr Gravitide. Wisst ihr was? Ich baue mich da noch mal kurz runter. Nur da sollte ich wirklich jetzt auch sehr sehr vorsichtig sein. Ich möchte natürlich nicht mein Gravitide verlieren. Aber es könnte halt sein dass dort unten noch mehr ist. Und wenn da unten noch mehr Gravitide ist dann will ich das natürlich auch haben. Irgendwo ist doch bestimmt noch was, oder? So ein Gravitide-Block kann doch nicht alleine sein. Gravitide-Blöcke kommt immer in Rudeln vor. Das hat man doch schon in der Grundschule gelernt. Jedenfalls in der Esser-Grundschule. In der Grundschule des Himmels. Ne, keine Ahnung ob hier noch mehr Gravitide-Blöcke sind. Auf jeden Fall freue ich mich auch über diesen einzelnen. So, und jetzt einfach crouchen. Da unten ist auch noch Zanit. Coole Sache. Dann holen wir uns auch noch das Zanit dort unten. Und dann haben wir doch eine sehr erfolgreiche Erkundungstour gehabt. So, wo... Ach, hier, da. Quickseller. Guck mal hier. Hui! Da rutschen die Blöcke schön. Hauptsache wir rutschen da nicht gleich runter. Das wäre nicht so erfreulich. So, und dann holen wir uns auch hier das Zanit, wie gesagt. So, eins und zwei und drei und das war's. Und dann haben wir wirklich richtig viele schöne Erze geholt und können uns dann in der nächsten Folge, wie gesagt, auf diesen Dungeon freuen. Und nein! Nein! Wehe! Einer von euch haut mich jetzt noch runter oder tötet mich. Ne, 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 ne. Ihr seid, ihr seid böse. Ihr könnt mich einfach mal... Ich hau vor euch einfach ganz dreist ab. Wisst ihr, wenn die mich jetzt noch runterschmeißen würden? Ne, dafür würde ich dir niemals verzeihen. Und zum Glück kann ich dann hoffentlich bald sagen, wisst ihr was? Ihr könnt so viele Schneebel auf mich schießen, wie ihr wollt. Das ist mir egal, wenn ich dann endlich die Sentry Boots hab. Ich hoffe, ich hab die bald, die Sentry Boots. So, einfach irgendwie rüber. Schön, schön, schön. Nein, 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 nein. Und ihr trefft mich nicht mit den Schneebeln. Nein, auch ihr trefft mich nicht. Nein, 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 ihr trefft mich alle nicht. Ich bin unbesiegbar und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich getroffen und bin tot. Das wäre sehr ironisch. So, auf jeden Fall hau ich auch vor dem Typen hier ab. Den hau ich einmal an und dann sei jetzt hoffentlich von mir eingeschüchtert worden. Und jetzt probiere ich einfach nur hier in mein Haus zu gehen. Einfach nur rein, einfach nur rein. Ja, wir haben es geschafft. Hier kann ich dann auch mal schnell Licht machen. Sauber, wir haben es geschafft. Das ist super. Und jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wie das mit dem Gravitide funktioniert, hoffentlich. Und zwar nehmen wir dafür halt Ambrosium und tun dann den Gravitide-Block da rein und das Gravitide-Erst und dann zack, nach vier, oh, die Textur wird auch verändert von dem Enchanted Gravitide. Nach vier Ambrosium, eins, zwei, drei, vier, kriegen wir dann Enchanted Gravitide. Alles klar, dann wissen wir auch, dass das vier Ambrosium-Schatz verbraucht, das Gravitide, eins, zwei, drei, vier und dieses Gravitide oder dieses Enchanted Gravitide ist dann praktisch das, was man nachher aus dem Erz rausbekommt. Wenn man jetzt zum Beispiel Eisenärz in den Ofen tut, bekommt man ja einen Eisenbarren und wenn man halt Gravitide-Or, also das Gravitide-Erz in den Altar tut, bekommt man halt Enchanted Gravitide und aus diesem Enchanted Gravitide kann man sich dann unter anderem auch, ich kann es euch zeigen, ein Schwert machen. Mit diesem Schwert und mit, so wartet schnell, mit dieser Hose, dieser hier und mit diesem Helm hier, diesem hier und mit diesen Schuhen hier, mit diesem Paar Schuh hier und mit diesen Handschuhen hier und mit dem Oberteil natürlich, werden wir dann in der nächsten Folge in den Dungeon gehen und da würde ich sagen, könnt ihr euch auch auf jeden Fall freuen. Ich würde sagen, an dieser Stelle, ich hoffe einfach mal, dass es euch gefallen hat, auch wenn es jetzt mehr so ein Mischmasch war und wieder auch ein bisschen Hektik drin war in dem ganzen Geschehen, also ab und zu warten wir dann hier ein bisschen am Erkunden, dann sind wir irgendwie wieder zu Hause, nach Hause gegangen, dann sind wir gestorben, dann haben wir irgendwie neue Erze gefunden oder viele, viel Sanit und ein bisschen Gravitide auch war vielleicht auch ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt ja auch ein bisschen die Gegend erkundet habe und auch ein bisschen jetzt für euch die Gegend ersichtlicher geworden ist. In der nächsten Folge holen wir uns dann stirb. Und das Coole ist auch mit Gravitide fliegen die Gegner hoch. Flieg! Flieg in deinen Tod! Auf jeden Fall, ja, holen wir uns dann in der nächsten Folge vielleicht die Minibosse und auch unseren Erzfeind den Slider in dem neuen Labyrinth oder in dem neuen Dungeon und schau mal nach, wie stark der ganze Dungeon hier ist oder wie schwer der ganze Dungeon ist und dann holen wir uns vielleicht auch sogar Sentry Boots und können dann auch mit dem Hausbau und weiteren längeren Erkundungstouren beginnen. Ich hoffe einfach mal, dass ihr euch drauf freut und würde an dieser Stelle einfach mal sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, hoffe, dass es euch wie gesagt gefallen hat und würde einfach sagen bis zum nächsten Mal Ciao Leute!